Sie sollen feststehen, die Promis, die in diesem Jahr in der RTL-Show Let's Dance des Tanzbeins schwingen. Wie Bild unter Berufung auf Senderkreise berichtet, sind unter anderem TV-Star Daniela Katzenberger, Schauspielerin Tina Ruhland, Model Barbara Mayer, Soapstar Bela Klenze, Kochbuchautor Chakal, Ex-Bachelorette Jessica Paschka und Komiker Thomas Hermanns dabei. Vor allem die jungen Zuschauer dürfte zudem freuen, auch die YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann, besser bekannt als die Lochis werden laut Bild tanzen. GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen, Komiker Ingold Pflück und Schauspielerin Julia Dietze stellen sich demnach ebenfalls ab März der Jury. Die besteht übrigens aus Joachim Lambi, Motsima Buse und Jorge González. GZSZ-NASUF, GZSZ-NASUF-QORB 2021 Untertitelung des ZDF, 2020